so kurzes päuschen vorbei es war ein wichtiger anruf wegen meiner kinder natürlich deswegen das müsst ihr alle verstehen meine kinder gehen vor auch vor stream und vor alles andere das ist so das bleibt so und wer damit ein problem hat hat halt pech gehabt gut die kisten hier draußen haben jetzt weggemacht der karl pümmelt immer noch hier rum und das ding zum aufsammeln liegt ja auch nicht mehr rum wow gott so hier war essen und trinken drin fetten burger geile penis hot dogs vergammeltes brot nice 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 trinken war hier drin so okay das ist schlechtes wasser schlechte milch gute mich dann ist das guter saft cool gar nie mitgekriegt dass es da noch so unterschiede gibt schlechtes essen gutes essen so konsum gut hier haben wir noch wasser alkohol gehst du bitte dahin das ist eigentlich gutes bier das orangensaft das bier ich habe orangensaft weil dort räfer alles andere erste mal hier rein dass die medikits gott weil ich die denn hin so und hier ballern war erst einmal das zeug kennen das kommt dann zur kochstation die kriegt auch noch mal eine extra kiste und ich muss mich mal ganz kurz ach bequem hinsetzen sagt niederpilze eine zwiebel eine verdorbene zwiebel ja die kochstation was braucht die denn wenn ich schon mal dabei bin ja das ist mir gerade latte kochstation wo ballern wir die denn hin am besten ich würde sagen hier hinten oder wenn sie noch hin passt alles klar mit einem fetten gasbrenner dann kann man das hier gleich noch mal alles umsortieren schön so 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 dann können wir die pilze hier rein ballern und da ich sowieso noch mehr von dem quarks sammeln werde sortieren wir das so gleich richtig so da ballern wir die medikits hier mit rein ja 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 genau so noch irgendwas ich mich statt so entdecken für die wöxel mixtur kom 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 wird grün so haben wir die hoch kochen kochen kocht obst und gemüse um bereite spezielle mahlzeiten aus dem rezeptbuch vor aber brauche ich die kochstation auch noch ich glaube nicht aluminium bleche brauche ich dafür die kanonen kommen auf jeden fall noch die kur ich brauche noch einen kaputten eimer für die dusche oder ich nehme die penner dusche ja ich habe eine penner dusche ja geil einfach nur geil oh gott ey nee oh gott was haben wir hier schrott feuerfass normales fass wandbefestigung überdachung oh shit ich glaube ich hätte die hier draußen hinbauen sollen hier drinnen soll ja das wohnzimmer und ich hab's ich hab's gefunden ich hab das holz gefunden ich würde sagen wir richten uns jetzt erst mal ein kleines zuhause ein ich muss nur wieder pappe sammeln scheiße haben wir schon tisch was seit wann kann ich okay das ist mir neu ich brauche noch ein bett aluminiumblech gut dann hat sich das erstmal erledigt ich muss erstmal sachen herstellen wieder mal wieder sowieso ich muss da draußen die dinger aufwerten die rohre da rein die könnte ich doch eigentlich da drinnen lassen das müsste trotzdem gewertet werden ja schön ähm pop 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 wenn es so weiter geht habe ich bald einen holzmangel und wir müssen auch in der quest weiter kommen also tornadostall aufwerten was kann man hier noch herstellen gut kopf vor zigaretten zigarette tabak sammeln blablablablablablabla alles klar gut ich bin schlau geworden so reicht das aus was ich hier habe Das reicht Gut Kalorino Du hast noch eben Blech drin Das mach mal raus, dann bist du wieder komplett leer Das kommt dort in Hatte ich nicht gerade noch Kupferrohre? Komm, wir fordern noch schnell was Trink noch ne Klinigkeit Hier, komm, einen schönen kühlen Orangensaft Ab geht da Wir haben das Tornado-Ding Aufgewertet Nein, ich entertain dich nicht Komm mit, Kal Äh So Komm, mein Töbchen Yeah Hier Hier, was zu trinken für unterwegs Äh, da kann ich jetzt Metallwände bauen Das ist ja Luxus-Pennahausen Lässt sich einiges machen Lässt sich hier doch einiges machen Ähm, wir müssen zu Trixi Unserem Rattenmädel Nö, du hast nischt neues zum Kaufen Okay Karl, die haben halt zu essen Ich brauche noch ein fucking Blueprint Ein oder zwei Blueprints brauche ich noch Wo könnten die sein? Das ist eine echt gute Frage Hier, komm, wasch mich Alter, willst du mich verarschen? Oh, 3,31 Okay, 26 Cent ist besser als gar nichts Äh Ich war das nicht Keramik Oh Noch mehr Keramik Essen Halt Und Schrott Blaue Pilze Ob die so laufend rum sind Ich glaub es ja nicht Äh, Trixi Ach, du bist wieder am Arsch der Welt Hey, Geld Nein Du willst mich waschen, ja? Nein? Okay 90 Cent Oh, so fast ein Dollar Dick's Ice Cream Ich will nicht wissen, was für eine Sahne die gemacht ist Nee, das möchte ich nicht wissen Nein, 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 nein. Beim dritten habe ich euch angepisst. Okay. So. Hast du davon? Nein, 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 nein. Mach mal so. 436 Holy Crap 11 Cent Wichser Ich hab 40 Dollar Yeah 1,26 Hey Trixi Ich bin da So Ich hasse schon Dinger Ach stimmt Wir müssen zur Mega Ratte Ne zur Mega Taube Tibila Ähm Ähm Was hab ich da gezüchtet Holy Shit Was hab ich da von Tauben gezüchtet Bang Go 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 Take the shakes And give them to my little bro Taube Hier friss 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 Alter Die wächst Alter Was ist das für ein Vieh Das könnte klappt als Pokémon durchgehen Hier Taube Was Was Wie groß soll der noch werden Was Ich muss jetzt dieses ganze Schiff an die Taube verfüttern oder Oh Ähm Ich muss die Luft an Ähm Schriekentrauben Ähm So Kawabunga Kawabunga Oh nice Ja What's up Alter Wie riesig wird die denn noch Das ist halt echt so ein halbes Pokémon Das könnte schon als legendäres Pokémon durchgehen Vor allem so ein fetter Kante Äh Äh Was ist denn das Umschlagskanisse Keine Ahnung wie man die Dinger hier nennt Äh Zumindest komme ich jetzt gerade nicht so auf die Schnelle drauf Und da sind nur 5,6 so ein kleben Bobbeldinger drin Alter Was Ja Container hießen sie genau Und da hast du noch 5,6 so ein kleben Bobbeldinger drin Alter Geil Oh nein Was machst du Was machst du Äh Hier hinten ist noch eins Die liegen hier alle verteilt Wie doof ist denn das Rattenmädel Und wie groß soll das Biest noch werden Holy shit Hier der letzte Okay Wachsender Appetit Hm Ich brauche Geld Firma dankt Boah Alter Aha Das ist alles was du hast 1,45 ist doch mehr als der Vorgänger 33 Cent Ah da kommt ein Bulle Da muss ich ja wieder aufpassen Die sieht aus als ob sie 5 Dollar hat Ja Wollahin Ey ich hole mein Ding raus Und piss dich an Nö Was riechst du wie ich Firma dankt War ich hier unten schon Loll Hier war ich tatsächlich noch gar nicht Aber hier gibt es auch wirklich nicht wirklich was zu holen Wo ist denn Karl Da ist er Komm ich mach dir sogar die Tür auf Alter Karl komm rein jetzt Holz 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 Oh, noch mehr Beteil. Echt karl. Hey, noch mehr. Oh, sieht der lecker aus. Ja, ich will das noch essen später. Was dagegen? Ich habe wenigstens ein Magen- und Verdauungssystem, du nicht. Äh, Täubchen. Hier, Keramik. Noch mehr. Oh. Holz, Holz, Holz. Immer gut. Ey, Karl, ganz ehrlich. Irgendwann stopf ich dir deinen Maul, wenn du noch mal sagst, ob ich das wirklich brauche. Ich bin obdachlos, ich brauche alles. Cooler Stuff. Ja. Wow, bei Pappe sagt er cooler Stuff. Na ja. Na ja, komm, wir helfen dir mal. Oh, we're just getting started. Oh. 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 Hey, der haut mich. Ja, hau ab jetzt. Alter. Ich piss dich an. Ja. Gott, this city is gone down hill. Keine Polizei zu sehen. Guuuut. Äh, da zum 10 muss ich. Warum rennst du weg? Gab's noch ein Punchlein beim wegrennen. Geil. Geil, geil, geil. Äh, 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 ich hab 51 Dollar. Boah. Ich bin glücklicher Obdachloser. Trotzdem vermisse ich noch diese zwei Blueprints. Die müssen noch irgendwo sein. Hier gibt's noch wieder einen Pilz und sonst nix. Okay. Hm. Ah. Einen Sandkasten Blueprints gibt's nicht. Schade. Karl, wo bist denn du dort? Das Kno ist eindeutig zu groß für den Charakter. Jetzt. Ah. Äh. Kein Blueprint? Okay. Den da hinten hatten wir schon. Was waren dort los? Ach, da wird wieder einer bedroht. Sag mal. Hat ja doch, äh, 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 geklappt. Ha, 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 ha. Dies hat ja doch geklappt. Hier den Blueprint hatten wir auch schon geholt. Ach, ein bisschen Bappe. Und einen weiteren gab's hier nicht. Ne. Aufs Klo konnte man auch nicht gehen. Da muss ich hin. Ah. 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 Da muss ich hin. Gut. Machen wir mal weiter. Was denn das für eine alte Rattenhexe? Will ich mir die Schuld in die Schuhe schieben? Trixie hat mir über deinen Plan, den großen Pigeon zu transportieren, um die Maschine zu transportieren. Ich weiß nicht. Es scheint mir zufrieden. Aber ich denke, es kann wirklich funktionieren. Das bedeutet, dass wir alles, was wir brauchen, um einen Weg zu machen. Geht in die EvoWay-Headquarters. Be sicher, dass du da erst vor dem Abendessen kommst. Officer Alex wartet für dich mit einer Inspektionswarrant. Du wirst als technischer Inspektor. Ähm, du weißt. Der schreckliche Kind auf EvoWays-Payroll. Okay. Ich hab's gerade gleich zum Hintergrund runterbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, dass ihr wieder ein bisschen was Rambul gemacht habt. Ich muss mich dafür entschuldigen. Irgendwas geht hier im Haus gerade vor euch. Entweder es wirklich der Anwalt unten in der Haus zieht. Und eine Firma darum, dass das Bürogebäude dicht macht. Er hat Geschoss oder keine Ahnung. Natürlich. Du musst dich erst mal an den Anwalt zu beherren. Ihr Freund von Hottdog. Ich werde dir das mit dir helfen. Sie haben bereits ein Geheimnis für die EvoWay-Headwerbs. Ist der Plan klar? Um... Gute Glück, dann. Das ist es, Mann. Das ist es, Mann. Der Moment ist endlich gekommen, um die EvoWay-Headwerbs zu beherren. Ich würde sehr gerne eine Anführung der EvoWay-Headwerbs. Ich würde mich übernehmen, um die Räume wieder zu über die Hände zu schütteln. Okay, mal ganz kurz speichern. Sicher, sicher. Fliegt ihr Hunde. Ich muss mir diese Tornadotaube bei denen ausprobieren. Wo sind Gegner? Mobile Toolbox. Das kriege ich jetzt erst mit, dass da sowas steht. Lol. Okay. Warte mal, gibt es hier drüben eventuell einen Blueprint? Das sieht mir ganz danach aus. Das sieht mich ja jetzt gerade wirklich danach aus. Äh, oder war ich hier schon mal? Baulampen glaube ich eher weniger. Oder? Nee. Schade. 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 Da. Wie die wegfliegen. Geil. 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 Wie die weggeflogen sind. Geil. 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 Zanden anwenden kann. LOL Okay, damit wir noch einigen Spaß haben. Vor allem, wenn mich die Bullen verfolgen. Ah, hier ist was zum Aufspringen. Nice, nice. Ach, komm. Wow, Holz. Und ein bisschen Keramik. Essen. Scheiß Latsch. Apropos Essen. Was haben wir denn? So, da sind wir wieder full. Okay. Ich sehe es schon. Dort im Blueprint haben wir ja auch schon gesammelt für den Bugs. Oder war das dort? Irgendwo war es auf jeden Fall. Du, 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 du. E-Way. Ja, deine... Dickei... Dein Dickei... Das kannst du behalten. Das will ich nicht. Ich speichere vorher nochmal ab. Keine Ahnung, was hier alles passiert jetzt. Oh, du Hund. Na dann. Daco? Daco, was suchst du hier? Habe ich schon mal ein Spiel, was ich alleine spielen kann? Daco? Haha. Äh, bin ich doch. Ach, zwei... Oh, jetzt muss ich noch Zeit tot schlagen. Jetzt muss ich auch noch Zeit tot schlagen. Man glaubt es kaum. Hey, Hunde. Hab dich gerettet. Wow. I'll make sure every creep knows, what you did for me. Hier, weil ihr meine Freunde ärgert. So. Ähm. Ja. Zeit tot schlagen. Wow. Äh, warte mal. Irgendwie konnte ich die doch überspringen. Irgendwie war das doch. Genau. Schlafdauer. Äh, was haben wir? 5,50. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Schlafen. So. Wir haben es 12 Uhr. Alex. Ach, PM. Ich kann mit dieser englisch-amerikanischen Bezeichnung AM, PM nix anfangen. Ich weiß nie, was was ist. Wir haben es jetzt AM, es ist dunkel. Okay, also... Ich dachte mal, AM heißt am Mittag, aber... No, dann nicht. Kann ich damit jemanden bewerfen? Ja. Von so einer kleinen Papiertüte. Alles klar. Hier. Stuhl ins Gesicht. Oh, geil. Oh, Gott. Komm, ich war noch ein bisschen Blödsinn hier. Hier kommt doch die Taubenfrau irgendwo. Wo ist die Taubenfrau? Mal gucken, ob ich irgendwas bei der machen kann. Hier kommt sie nicht. Ah, 355 ausgelassene Frames. Okay. Internetverbindung ist stabil, wird aber gerne mal gelb. Keine Ahnung warum. Taubenfrau, wo bist du? Da, noch einer weiter. Ich habe eine Übertragungsrate von 2.700 Kbitz und wenn es auf 3.000 hoch geht, wird es gelb. Hä? Alles, was du hier sehen, ist ein Produkt von Liebe und Gehre für unsere wunderschönen Kinder. Frau, ähm... Kann ich mit dir reden? Nee. Warum? Du bist krank. Oh, was ist denn hier? Boah, man kann Skins kaufen. Cool. Es ergibt einfach keinen Sinn. Stoppt diese Taube endlich. Bis an den Schnabel bewaffnet. Boah. Man kann hier Skins für Tauben holen. Ist ja geil. Voll der Gangster. Die härteste Taube in Pennerhausen. Ich will die Soldaten-Taube haben. Die Soldaten deserve only the best of things. Zeig mal her, wie sieht's da aus. Hä? Hä? Wo? Ich verstehe das jetzt zwar gerade nicht, warum das nicht funktioniert, aber okay. 12 Uhr AM muss ich mir merken. Okay. Was ist denn trotzdem noch Blutprinz? Boomhunter. 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 Dann boomt mal ne Runde rum. Hier unten war er schon. Was gibt's denn hier unten? Achso, das ist dieser Hier, Penis Hotdog Penis Hotdog Das da vorne sieht aus wie No Und das hinten sieht aus wie No, ihr wisst Bescheid Ei, ei, ei Was gibt's hier bloß für Sachen Oh, noch 5 Stunden Ingame Kann ich ja hier, guck mal Du arbeitest hier, du hast Geld Ach, ich versauf doch Du elender Nur 12 Cent Alle, die hier arbeiten, müssten doch Eine Million Locker haben in der Tasche Alter Ne, 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 ne Ne, 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 ne Hier, komm Da hat selbst der, der aussiegend Obdachlose Mehr Geld in der Tasche Äh, jetzt so ein reicher Schnösel 5 Dollar hat die gegeben Ich kann das auch Ach und jetzt Stress anfangen Polizei Oh das war arschklar Wenn ich den boxe, dass die Bullen kommen Hier Polizei Rutsch aus Scheiße So an das Da kommen sie Da kommen sie Oh, da sind ja noch mehr Ich piss Aufpassen, dass von hinten keiner ankommt Oh scheiße Ey, wisst ihr was? Los, komm her Elektro-Schutz Nein Nein, 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 nein Ihr trefft mich nicht, ihr trefft mich nicht Alter, ist ja fast wieder 1. Mai hier 1. Mai in Berlin Ich bin gleich down Ich hab 5 Herzen Äh, Sterne Wie viele mir hinterher gerade kommen Einfach Der verdächtige flieht zu Fuß Scheiße 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 Oh, sind die dämlich Die greifen Karl an Ernsthaft Was sind denn das für Dreckschweine Ah, alles weg Muss da auch mal sein, der Spaß Aber Ich bin gleich so gut wie down Das ist nicht gut Kann ich mich hier irgendwie heilen lassen? Bitte heilt mich Hilfe Scheiße Habe ich schon bereits gesammelt Okay Ja Zwei Stündchen noch Gibt es da irgendwo eine freie Sitzbank für mich Wo ich mich mal hinlegen kann? Ich will deine Hotdogs nicht Ja komm Ich muss mal gucken Ob ich irgendwas finde zum regenerieren hier Äh Was habe ich denn jetzt gekauft? Habe ich das schon zu mir genommen? Ja Wow Das heißt, ich werde halbtot reingehen Ein Stündchen können wir uns aufs Ohr hauen Und das wird nichts bringen Nee Scheiße Scheiße Ich würde aber sagen Jo Ich werde den Stream hier beenden Also jetzt den Boom Simulator Stream Ich werde gleich neuen Stream starten Wo ich noch ein bisschen Minecraft spiele Ähm Das reicht Wie es in der Quest weitergeht Und erfahren wir dann nächsten Stream Was hoffentlich noch Diese Woche sein wird Oder Nächste Woche Zum guten Morgen Stream Ich werde jetzt hier No Boom Simulator beenden Kurz den Stream ausschalten Und Gleich Minecraft Omni Factory starten Und ich hoffe ihr seid da noch mit dabei Die bis jetzt zugeschaut haben Und Bis Gleich Zum nächsten Stream Ich halte Bis zum nächsten Mal.